Ich sage Ihnen jetzt eine hypothetische Geschichte. Rein hypothetisch hat mit mir nichts zu tun. Wenn ich Ihnen sage, was ich eingenommen habe, glauben Sie, es ist mir viel Geld. Big Mac, der war eine Legende. Wir haben Geld verdient wie Dreck. Wenn die mich nicht eingesperrt hätten, sie würden heute vor einem Mogul sitzen. Aber leider hat es mich ja gewischt. Donald Stellwag musste für einen Bankraubbüssen, den er nie begangen hat. Was Ihnen widerfahren ist, das ist unvorstellbar. Er hat komplett meine Seele zerstört. Ich kann das nicht gewesen sein. Ich bin unschuldig. Wenn so etwas einmal passiert, ja, okay, komisch, zweimal, das ist natürlich schon extrem merkwürdig. Wunderbundentliche Lüge. Das ist eine echte Gangster-Story. Die Geschichte an sich ist natürlich vollkommen irre. Finden Sie es nicht ungewöhnlich, dass Ihnen zwei so große Geschichten passieren? Überhaupt nicht. Finden Sie fest! Finden Sieias-Story.